Hallo und herzlich willkommen hier zum Video über alle LEGO Star Wars My Set Leaks. Da wir zu fast allen Sets auch schon ein paar geleakte Bilder haben, ist es ziemlich sicher, dass wir all diese Sets auch so bekommen werden, weshalb wir auch direkt mit dem ersten Set starten. Dieses ist das bunter Eve Portraise Diorama mit der Set Nr. 75380. Auf einem ersten geleakten Bild sieht es auch schon ganz gut aus, wobei das Set im Mikroscale gebaut ist. Deshalb sind leider auch keine Minifiguren enthalten, was bei einem Preis von 80 Euro auch ziemlich schade ist. Außerdem umfasst das Set 718 Teile und ist das einzige Diorama, welches in diesem Jahr erscheint. Dazu gibt es vorne auch noch eine Zitatfliese mit einem Zitat von Qui-Gon sowie den 25 Jahre LEGO Star Wars Stein. Bei diesem hätte ich mir auch noch einen 25 Jahre Episode 1 Stein gewünscht, wie wir es letztes Jahr mit dem Episode 6 Stein hatten. Als letztes fahren die beiden Portrainer von Anakin und Sybulba gerade durch die Schlucht von Tatooine, was mit dem Bogen dargestellt wird. Damit kommen wir jetzt zum nächsten Set und zwar der Flucht mit dem Barkspeeder. Dieses trägt die Set Nr. 75378 und wurde ebenfalls schon geleakt. Das Speeder Bike an sich ist leider etwas größer als der Minifigurenmaßstab und sieht mit den Start-Shootern vorne auch nicht sonderlich gut aus. Dafür passt Grogo mit seinem Pot in diese Side-Card genauso wie in der Serie. Außerdem gibt es auch noch eine etwas langweilige Straßenlaterne und natürlich vier Minifiguren. Die ersten beiden sind zwei schöne 501. Clonetrooper wie 2020 nur mit den neuen Löchern im Helm. Danach gibt es auch noch die normale Grogo-Minifigur und natürlich Caloran Bag. Von diesem haben wir auch schon hochwertige Reliques, wobei seine Bedruckungen ziemlich gut aussehen. Außerdem trägt er auch noch einen Umhang und natürlich seine beiden Lichtschwerter. Dazu kostet das Set 30 Euro und beinhaltet 221 Teile. Alles in allem gefällt es mir also relativ gut, wobei ich mich frage, warum Lego das Set nicht schon letztes Mal herausgebracht hat, kurz nach The Mandalorian Staffel 3. Als nächstes gibt es dann den Commander Cody Brickhead mit der Set Nr. 40675. Dieser wird wahrscheinlich in der Phase 2 gebaut, wobei ich mich frage, wie gut Lego das umsetzen kann. Einige talentierte Mockbauer haben das nämlich auch schon versucht, wobei mich die Resultate nicht wirklich überzeugen. Außerdem kostet das Brickhead 10 Euro, wobei die Teileanzahl leider noch nicht bekannt ist. Damit kommen wir zum nächsten Lego Star Wars Mai 2024 Set und zwar dem baubaren Droideka. Dieser trägt die Set Nr. 75381 und wurde auch schon mit einem Bild geleakt. Das Set an sich sieht zwar ganz gut aus, wobei ich hoffe, dass er wie im Film auch rollen kann. Ansonsten ist er natürlich ein Displaymodell mit der normalen bedruckten Displayplakette. Neben dieser finden wir wieder den Jubiläumsstein und auch eine Droideka-Minifigur. Diese sieht aber wirklich schrecklich aus und sie müsste eigentlich endlich mal einen eigenen Mold bekommen. Außerdem kostet das Set 65 Euro und beinhaltet dafür gerade einmal 583 Teile. Insgesamt gefällt es mir also eher nicht so gut, dank der schlechten Minifigur für so einen Preis. Deshalb kommen wir jetzt zum CIS Infiltrator mit der Set Nr. 75383. Dieser sieht auf diesem Leak auch relativ gut aus, wobei dieser Buckel vorne leider ziemlich schlecht getroffen wurde. Dazu müssten die Flügel nicht nur angewinkelt, sondern auch gebogen sein, weshalb Lego sich hier noch ein bisschen mehr Mühe hätte geben müssen. Die Minifiguren sehen hingegen schon ganz gut aus, angefangen mit dem jungen Anakin. Daneben finden wir dann Qui-Gon Jinn mit einem fantastischen Poncho und natürlich Darth Maul. Von diesem haben wir auch noch mehr geleakte Bilder, wobei mir seine pupillenlosen Augen leider nicht so gut gefallen. Als letztes gibt es auch noch Saw Gerrera als 25 Jahre Lego-Stars-Jubiläumsfigur mit einem schönen Brustteil. Dieses ist nicht nur von vorne, sondern auch auf den Schultern bedruckt, wobei er generell in der falschen Farbe ist. Im Film hat seine Rüstung nämlich einen ganz anderen Grünton, welcher eher grau ist, wobei er auch ein schönes kleines Cape mit dabei hat. Dazu kostet das Set 70 Euro und beinhaltet 640 Teile. Alles in allem also ein solides Set, welches aber leider auch seine Fehler hat. Außerdem wird es auch teilexklusiv sein, also nur bei Lego selbst und einem ausgewählten Partner zu kaufen sein. Bevor wir gleich noch zu den letzten Sets kommen, möchte ich euch aber noch kurz dieses Buch vorstellen, welches am 16. April erscheint. Mit enthalten ist diese Darth Maul Minifigur, welche mir eher weniger gefällt, wobei manche behaupten, dass es die 6. Jubiläumsfigur ist. Ob das nun stimmt oder nicht, werden wir am Ende des Jahres sehen, wobei ich das eher nicht hoffe. Weiter geht es dann mit einem etwas größeren Brickhead-Set, welches 6 Charaktere beinhaltet. Basieren tut es auf Episode 1 und trägt die Set Nummer 40676. Die enthaltenen Charaktere werden der junge Anakin, Jar Jar Binks, Captain Panaka, Königin Amidala in ihrer roten Robe, Crygon Jin und Darth Maul sein. Auch wenn ich persönlich kein allzu großer Fan von Brickheads bin, kann das Set auf jeden Fall interessant werden. Kosten tut das Ganze 55 Euro und das Set beinhaltet 742 Teile. Jetzt kommen wir aber natürlich noch zum großen UCS-Set, welches ein TIE Interceptor sein wird. Zu diesem haben wir leider noch keine Bilder, wobei er wahrscheinlich nur 230 Euro kosten wird. In den letzten Jahren kosteten die im Mai erschienenen UCS-Sets ja immer 240 Euro, was sich dieses Jahr aber angeblich ändern wird. Außerdem beinhaltet das Set gerade einmal 1931 Teile, was ein ziemlich schlechtes Preis-pro-Teil-Verhältnis ergibt. Von den Minifiguren wissen wir leider auch noch nicht so viel, wobei natürlich ein TIE-Pilot enthalten sein wird. Ansonsten haben wir aber noch nicht so viele Informationen zum Set wie bei den anderen Sets. Als letztes gibt es dann auch noch das GWP zum UCS-TIE Interceptor, welches ein Battle-Droid-Carrier sein wird. Dieser macht meiner Meinung nach eher wenig Sinn, da man sich so kaum eine Armee aus Kampfdroiden aufbauen kann, wie es viele Fans sicherlich tun würden, wenn dies ein normales Set wäre. Trotzdem hoffe ich, dass von den 8-10 enthaltenen Kampfdroiden zumindest ein paar exklusiv sein werden und der Carrier auch gut aussieht. Dazu gibt es auch noch ein weiteres Maze Force GWP, und zwar das 25 Jahre Lego Star Wars Jubiläumslogo als Schlüsselanhänger und Aufnäher. Das gefällt mir aber eher weniger, da es kein richtiges Lego ist und ich anstattdessen lieber eine Minifigur hätte. Außerdem wird der AAT-Polyback wahrscheinlich auch als GWP verfügbar sein, wie in den letzten Jahren am Maze Force und doppelte VIP-Punkte auf Star Wars wird es natürlich auch geben. Alles in allem ist die Welle also relativ solide, wobei wir die meisten Informationen auch schon echt lange haben. Hier findet ihr jetzt noch ein Video, in welchem ich eine Shock Trooper-Armee aus dem Magazin 106 aufgebaut habe. Und um die hochwertigen Bilder der Meister jetzt nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal natürlich auch abonnieren. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss!